Die Europawahl Demnächst findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Das Europäische Parlament ist die Vertretung der Völker und Menschen in Europa. Es setzt sich aus Abgeordneten aller Mitgliedstaaten zusammen. In Deutschland werden 96 Parlamentsmitglieder gewählt. Die Amtszeit der Abgeordneten beträgt fünf Jahre. Warum sollten sie wählen gehen? Das Europäische Parlament trifft Entscheidungen, die unseren Alltag in den verschiedensten Bereichen beeinflussen. Es entscheidet über die Finanzen der EU und spielt eine aktive Rolle bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, die sich auf Themen wie zum Beispiel Umwelt und sichere Energieversorgung auswirken. So können auch sie mit Abgabe ihrer Stimme Einfluss auf die zukünftige EU-Politik nehmen. Wer darf in Braunschweig wählen? Wahlberechtigt sind alle Personen, die am Wahltag in das Braunschweiger Wählerverzeichnis eingetragen und mindestens 16 Jahre alt sind. Sie müssen außerdem mindestens drei Monate lang ihren Wohnsitz ununterbrochen in Deutschland gehabt haben beziehungsweise seit mindestens drei Monaten im EU-Gebiet wohnen. Auslandsdeutsche und Unionsbürger können unter bestimmten Voraussetzungen auch wählen. Informationen dazu erhalten sie im Wahlamt. Wo können sie wählen? Ihre Wahlbenachrichtigung enthält genaue Informationen zu ihrem Wahllokal. Dort können sie am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr wählen. Wie wird das Europäische Parlament gewählt? Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Mit dieser Stimme können sie nur eine Partei wählen. Sie bestimmen also, welche Partei sie im Parlament vertreten soll. Wie wird das? Möhm. Wie wird das? Wir werden mit dieser Stimme aussehen.